Helene Fischer Karriere aus, das macht sie, wenn es ihr zu viel wird. Helene Fischer, 38, Schlagerrakete, Schlager-Superstar. Ihre Musik verkauft sich wie geschnitten Brot, Hitspflastern ihren Weg. Ihre Tourneen sind gigantisch. Sie hat Familie. Wird der Mutter einer kleinen Tochter das zu viel? Kürzlich wurde sie das neue Werbegesicht von Lidl und drehte mit der Kette einen aufwendigen Spot. Es gab Kritik und viel Lob für das Projekt. Der Gedanke, Musik zu machen und auf der Bühne Millionen von Fans zu begeistern, das war immer Helenis Traum, der vor einigen Jahren Wirklichkeit wurde. Ohne Musik, Bühne und den Kontakt zum Publikum kann sie sich kein Leben vorstellen. Ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Helene Fischer In einem Interview mit der Zeitung Zeit erklärt Helene Fischer, Ich kann mir ein Leben ohne Musik, Bühne und Verbindung zum Publikum nicht vorstellen. Trotzdem ist sie bereit aufzuhören, wenn die Zeit reif ist, aber ich glaube trotzdem, dass ich den Moment nicht verpassen werde, indem ich sage, jetzt reicht's langsam. Helene Fischer war kurz vor einem Burnout Kurz vor der Corona-Pandemie 2019 sei sie nach eigenen Worten kurz vor einem Burnout gewesen. Ich habe Gott sei Dank noch die Kurve gekriegt, sagte Helene Fischer in einem halbstündigen Interview im Schweizer Fernsehen SAF. Wenn man als Künstler keine Emotionen mehr so richtig empfindet, wenn man alles nur noch als anstrengend empfindet, muss man ehrlich zu sich sein und auf die Bremse treten. Ihre jüngsten Auftritte mit der Rauschtour zeigen, dass die Schlagersängerin immer noch eine Macht auf der Bühne ist und ihre Fans begeistert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.